Winter ist Coming und damit zurück zu Westeros Total War. Ja, wir haben beim Leschmar wieder eine komplette Armee von den Lannisters vernichtet, haben unser Land ein bisschen ausgebaut, haben ein bisschen überlegt, was wir so nach und nach machen wollen. Und hier haben wir schon wieder unser nächstes Problem. Ja, ganz toll. Ich spiele eine relativ große Armee hier direkt vor unseren Türen. Das Problem ist, ich würde ja sagen, dass ich jetzt dann erstmal die Letzte, die bei uns rumrennt, aber hier rennt dann nochmal was rum, hier insgesamt alles dazu. Zusammen sind dann wahrscheinlich wieder so eine Armee rum. Das ist echt krass hier. Ja, super. Das ist die Überlegung, wie wir das jetzt anstellen. Wir können natürlich jetzt mal angreifen. Oder wir warten einfach mal ab. Ich glaube, ich warte jetzt einfach mal ab. Mir ist das jetzt momentan ein bisschen gemütlicher. Ich meine, die Zeit ist jetzt hier erstmal für uns. In der nächsten Runde haben wir eine Einheit fortgewildert, beziehungsweise eine Einheit rekrutiert. In zwei Runden haben wir dann auch noch eine Einheit Schwertkämpfe, was ja relativ gut ist. Mein König, vorwärts! Es ist mir eine Ehre, mein König. Ähm, du gehst mal da rüber. Wir machen vier, mein König. Übernachte hier, mein König. Vier Runden. Die müssen aber gut sein, wenn die vier Runden brauchen. Und wo hier unsere Kollegen... Oh, ja. Ganz prima. Ja, das ist natürlich schlau, wenn man auf das nicht achtet. Ja, mein König. Eure Befehle? Ja, eure Befehle? Ja, eure Befehle? Und damit wir neues Geld bekommen. Und anders kriegen wir halt einfach kein neues Geld. Uns zwischen diesen Bäumen zu verstecken bringt keine Ehre. Ja. So, wir machen nochmal mit dem Land im Krieg. Haus Barathian von Drachenstein. Genau. Von Drachenstein sind wir jetzt auch im Krieg. Super toll. Ja. Oh, abgeschlossen. Farmgemeinschaft. Ja. Fruchtfolge können wir dann auch noch gerne bauen hier. Ich bin langsam aber sicher echt am überlegen, wie wir das mit diesen Graufreuz hier machen. Wie wir die fast besiegen können. Ihr müsst mit uns um diese Wasser kämpfen. Ich meine, wie viele Schiffe haben sie denn? Ein Schiff. Wollt ihr mir etwa ein... Ach du Scheiße. Drei, vier, fünf, sechs. Äh, fünf sind es meine ich jetzt. Sechs Schiffe. Meinst du sechs Schiffe? Eigentlich geht das ja noch ganz gut. Helfen wir euch in der Schlacht. Aber. Toll ist das Ganze natürlich auch nicht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir hier oben im Prinzip die nicht wirklich zurückschlagen können. Das finde ich ein bisschen dumm gemacht. Klar steigert das die Gefahr, die von da oben ausgeht. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen mehr nervig als förderlich. Ähm. Oder schreibt mal eure Erfahrungen, falls ihr die Mord jetzt auch schon mal mit den Starks gespielt habt. Ich meine, ich habe ja am Anfang echt erobert. Aber da sind ja irgendwie immer Truppen gekommen. Ist das bei euch auch so? Oder waren das nur Truppen, die da noch versteckt waren? Ich glaube, langsam weiß ich, was irgendjemand von euch mal in den Kommentaren gemeint hat, dass die Truppen da noch versteckt waren. Ich habe nicht mehr gewusst, um was es da so gehen sollte, laut dem Kommentar. Und jetzt ist mir natürlich klar. Ja, okay. Wahrscheinlich meinte man, dass da halt einfach noch Truppen drinnen waren. Das heißt für uns, wir probieren es nochmal aus. Wir greifen jetzt nochmal hier an. Erobern gegebenenfalls die Stadt Windspiel gleich wieder zurück. Ähm. Und greifen dann echt an und besetzen die Stadt und warten mal ab, was da dann so passiert. Ich meine, wenn wir da nicht jede Runde angegriffen wären, wäre das auch nicht schlecht. Deswegen habe ich hier gerade auch einen Spion rekrutiert. Ähm. Mit dem können wir da oben mal gucken, ob da Truppen dann sind. Weil ich meine, die schicken ja da immer neue Truppen hoch. Das wissen wir ja. Das hat auch ein paar Runden gebraucht, bis da fast eine Fullsteck drinnen stand. Oder eine halbe Armee. Aber, oder wie viele Truppen sind es da jetzt? Äh, jetzt sind sie wieder weg. Okay. Wenn ihr einen Kampf wollt, habt ihr einfach mehr. Eine halbe Armee, ein bisschen mehr als eine halbe Armee. Was war das jetzt? Ja, soll. Toll. Ganz super. Ich habe gerade anderes zu tun, statt irgendeinen Hafen zu besetzen hier. Es ist mir eine Ehre, mein König. Gott ist mit uns Männer. Auf in die Schlacht. Bäckerei. Ja gut. Ja gut. Man könnte man mal bauen. Hier oben haben wir jetzt den Spion rekrutiert. Das heißt, der darf mal hier rüber. Heute gehe ich nicht mehr weiter. Ich meine, es wäre ja ideal, wenn das alles wäre eigentlich. Wenn wir die da einfach nur ab und zu mal hier diese zwei, drei Einheiten, die hier per Schiff kommen, zurückschlagen müssen, dann wäre mir das doch relativ angenehm. Ansonsten ist das natürlich dumm, wenn da oben Truppen spawnen, ist das natürlich ein bisschen ätzend. Jetzt müssen wir mal hier unsere Armee nochmal auswählen. Und jetzt schicken wir mal, was haben wir denn hier so rekrutiert in letzter Zeit? Schwertkämpfer und Schwerträger. Das heißt, wir schicken die Einheiten hier. Mein König. Die Einheit da mal raus und die hier. Und schicken dafür diese Truppen in die Armee rein. Dadurch wird die Armee jetzt auch ein bisschen stärker so. Oh, das macht House Orion da. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass die da gleich angreifen. Dann haben wir nämlich nochmal einen Krieg und dann können wir uns nämlich schlussendlich aus diesem Teil hier unten zurückziehen. Dann war es das nämlich. Dann müssen wir nämlich in unsere Heimat kämpfen. Dann müssten wir erst mal die hier auslöschen. Wobei ich das mir gar nicht so einfach vorstellen kann. Ich glaube, ich habe die Mod ein bisschen unterschätzt, muss ich zugeben. Ja, mein König. Ich freue mich auf den Kampf. Die ist tatsächlich sehr Game of Thrones-y. Ach, du Scheiße. Haben die viel Erfahrung, die Truppen. Um Gottes Willen. Ja, aber wir müssen uns den Problem leider mal annehmen. Wobei das ist ein schlechtes, ein schlechtes Gebiet hier. Wir lassen die jetzt einfach mal noch eine Runde weiterlaufen. Ich habe keinen Bock im Wald zu kämpfen. Da war vermutlich Wald. Das macht die noch gefährlicher. Ich kämpfe lieber auf einem offenen Feld gegen die. Äh, ja, super. Jetzt braucht die Nachtwache auch noch Kohle. Haben die da oben irgendwas bisher gemacht? Na ja, hier kriegt er halt mal. Ja, ganz toll, super, im Perfekt. Haus Frey und das Haus Orion sind jetzt miteinander im Krieg. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass ich mich mit denen verbinden kann. Ja, es ist immer eine Freude. Aber das war es dann doch. Woher ist unser Werte Fischtier? Aber natürlich, mein Herr. Ah ja, hier Walder. Setze die Reise morgen fort, mein König. Raste hier, mein König. Grau Wasserwacht. Ja, passt. Beziehungsweise was wollen wir hier als nächstes bauen? Steigerung von Handelsgütern. Ich meine, hier sind jetzt Truppen an Land gegangen. Das sehen wir. Was wollen wir hier denn schon noch so bauen? Eigentlich gar nichts. Ne, wir wollen wir wirklich nichts bauen. Es ist mir eine Ehre, mein König. Lassen wir die mal hier ein bisschen rumlaufen, wenn sie meinen. Das wird unsere Differenzen klären. Oh je. Hier drüben haben wir jetzt diese eine Einheit da auch gebaut. Beziehungsweise diese zwei Einheiten haben wir rekrutiert. Das heißt, wir können die jetzt auch mal da runter schicken. Ja, mein König. Wir marschieren, mein König. Und die Truppen können wir im Prinzip da auch gleich da lassen, weil wahrscheinlich muss man gleich gegen das Haus Orion kämpfen. Also, was ich im letzten Part gesagt habe, von wegen wir müssen vielleicht drei Länder erobern insgesamt. Ja, das stimmt mittlerweile dann nicht. Wir müssen im Prinzip alle erobern. Bis auf unsere Verbündeten, wenn wir Glück haben. Wobei ich mir da bei Game of Thrones auch noch nicht so sicher wäre. Ja. Großes Kino. So, ähm. Noch dazu. Kriegen wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld momentan. Wischen ist diese eine Scheißarmee abgehauen hier. So, jetzt war es wahrscheinlich da. Das war wirklich so, wie es da jetzt gerade ist, vermutlich. Ich wette, hundertprozentig standen die da irgendwo. So, mit der Armee müssen wir jetzt mal schnell nach Winterfell. Gott ist mit uns Männer, auf in die Schlacht. Wenn ihr einen Kampf wollt. Ja, wobei die brauchen noch eine Weile. Wir sind offen für euer Angebot. Ja, lassen wir das auch schon mal. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir Rob mit der Prinzessin verheiraten können. Oder mit der Lady verheiraten können. Aber irgendwie ja nicht. Von dem her, lassen wir das dann mal. So. Ah, da ist jetzt die eine Armee. Dann bauen wir hier mal eine Fruchtfolge, bzw. nee, wir bauen mal eine Stallung hier. So. Ich möchte hier jetzt mal noch ein bisschen weiter da hochlaufen. Ich wette, die bringen hier jetzt schon die nächsten Truppen wieder. Ich glaube, die gehen jetzt erstmal hier runter und holen dann sich neue Truppen. Ich finde es ein bisschen krass, wie viele Truppen die eigentlich insgesamt haben, diese blöden Eiseninseln da. Ja, hier stehen wir uns immer noch gegenüber, wie vor ein paar Runden. Naja. Wir werden jetzt die Truppen von hier einmal etwas abziehen. Ich möchte so schnell wie möglich, ähm, im Prinzip unsere Front hier oben mal fertig machen. Wirklich schauen, ob da wirklich keine Truppen spawnen. Und wenn da wirklich keine Truppen spawnen, dann... Da spawnen doch Truppen. Hundertprozentig spawnen da oben Truppen. Ich bin mir da so sicher, dass hier Truppen spawnen. Das gibt's gar nicht. Woher sollen die denn auch schon kommen, hier? Das ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Das ist auch nicht, das gefällt mir jetzt nicht ganz so wirklich, dass da Truppen spawnen. Das ist irgendwie... ...bisschen dubios. Ja, dann werden wir unseren Plan doch wieder ändern. Dann werden wir jetzt mit der Armee hier runter marschieren. Beziehungsweise hier runter marschieren. Dann werden wir jetzt halt eben versuchen, die Lannisters auszuschalten. Mit denen hier oben können wir so lange tanzen, bis sie irgendwas Gegenteiliges machen wollen. Wenn sie halt irgendwo eine Stadt von uns angreifen, dann müssen wir sie halt mal angreifen. Aber ansonsten, ja, vielleicht sollten wir sie auch irgendwann mal geschwind ausschalten. Aber momentan, naja, was soll's. Ich krieg'n da Truppen gespawnt. Also, ne, wirklich, also... Ihr müsst mir mal schreiben, ob die da auch bei euch Truppen gespawnt kriegen oder nicht. Oder wie's bei euch da oben aussieht. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das hier gespawnte Truppen sind. Weil ich seh' ja hier nichts. Selbst der Spion sieht da ja nichts. Ich muss nachher mal unbedingt reingehen als, ähm, die Eiseninseln und selber mal schauen, wie's da aussieht. König, ich kann dort nicht hin. Entschuldigt, mein König, aber das geht nicht. Aber mein König, ich kann dort nicht hin. Ja, mein Herr? Ja. Ähm. Ich find' die schon ein bisschen nervig. Ich find' die fast nerviger als die... ...Lannister, hier unten. Übergebt mir eure Länder, das macht es einfacher. Hm, lecker. Muss man die jetzt halt eben mal kurz vernichten oder zum Rückzug zwingen oder ähnliches. Zu den Mauern! Der Feind belagert uns! Beziehungsweise so ein paar Einheiten kam mir auch relativ... Oh. Lol, okay. Der Seitenanführer von Haus Lannister ist tot. Krasse Sache. Tyron Lannister. Oder, ne, nicht Tyron. Wie heißt der? Äh, Tyron ist der kleine Zwerg. Jetzt, Leute, jetzt wird's spannend. Wie heißt er denn? Ähm. Helft mir, Leute. Ja, vielleicht komm ich noch drauf. Irgendwas auch mit Tee. Ich vergesse die Namen so gerne, weil es sind halt einfach so voll viele und keine Ahnung. Ja, bitte, das zu entschuldigen. Äh. Gut, jetzt greifen wir mal da oben kurz an. Oh, die sind ein bisschen arg weit weg jetzt. Ich meine, ich denke, die vier Einheiten würden sie auch gegen diese paar Einheiten da schaffen, falls sie angreifen sollten. Oh. Ganz schlecht. Oder sie schaffen es vielleicht auch nicht. Jetzt lassen wir uns das mal ausprobieren. Ich meine, wir haben eine Festung. Ich denke, das sollte ja irgendwie funktionieren. Heute machen wir unseren König stolz. Macht euch bereit. Ja. Versuch muss mal... Der Herr, die Lage in der Schlacht scheint sich gegen uns zu wenden. Wir müssen Hattel, Flatt wenden. Also diese Einheit Sperrträger werden wir auf jeden Fall nachher hier unten ans Tor stellen. Die Einheit werden wir mal da oben hinstellen. Die Einheit auch. Irgendwie das Gefühl, dass das Bauern sind. Und zwar aufs Übelste. Die hier. Naja, aber richtig übel Bauern. Hier backt es mal wieder ein bisschen rum. Naja, was soll's. Die Truppen können wir nachher eigentlich auch noch hier vorne gebrauchen. Schicken die jetzt immer auf die Mauer. So. Schade, dass wir eigentlich gar keine Bogenschützen haben, um ehrlich zu sein. So, jetzt schicken wir mal die Truppen. Direkt da an die Mauer. Oder ans Torbe, erst gesagt. Und die schicken wir da so ein bisschen dazu, um einfach die Lücken sozusagen ein bisschen zu schließen. Dann schwulen wir die ganze Sache mal vor. Vielleicht haben wir das ultimative Glück und wir zerstören den Ramborg. Weil ich mir gar nicht mal so sicher wäre, wie gut es wäre. Oh mein Gott, jetzt rennen die alle da hoch. Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich beabsichtigt hatte. Bisher sieht es ja eigentlich noch ganz gut aus. Und wenn die da jetzt dagegen rennen. Okay, jetzt zieht er ein paar Truppen von da oben von der Mauer ab. Was ich jetzt auch nicht so negativ finde. Weil der hat da oben auch Langbogenschützen, also ich bin sehr schlau. Ja, ich möchte ein bisschen vorspulen, weil wir haben nicht mehr allzu lange Zeit in dem Part. So, ich bin mir schon generalisch auf jeden Fall mal tot. Ich denke, wir sollten es schaffen. Was sind die da unten so gut? Ja, dann schicken wir die Truppen mal da runter, wenn wir gerade dabei sind. Die Bogenschüssen da oben scheinen ein bisschen rumzubacken. Diese Kraufreuz scheinen eine echte Gefahr zu sein. Ich habe jetzt echt gedacht, das wäre jetzt nicht so hammerhart hier. Da habe ich mich wohl geirrt. Was auch immer die jetzt hier machen. So was nennt sich dann haarscharf. Ich denke, wir können uns nicht ganz so beklagen. Das rennen die da auch noch weg. Die hätten wir ruhig noch erwischen können. Naja, ich denke, das sind jetzt eher weniger. Jetzt lassen wir mal gucken, ob unsere Türme hier noch irgendwie feuern. Na. Draufgeschissen auf die. Das ist dein klarer Sieg. Ja, wir haben ein 360-Band verloren. Schauen wir mal hinrichten auf jeden Fall. Das können wir denen jetzt eigentlich relativ wenig anfangen. Oh, wir waren siegreich. Es ist mir eine Ehre, mein König. Natürlich. Gut, okay. Was können wir hier, mein König. Was können wir hier noch machen? Großartig. Vor Ort ist ein bisschen arg teuer. Rekrutierungsbüro können wir noch bauen. Oh oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die das hier auch nicht mehr lange aushalten. Es ist mir eine Ehre, mein König. Also jetzt machen wir das erstmal so hier. Und dann heißt es ja immer noch. Also ich meine, die werden uns wahrscheinlich hier gleich wieder wegrennen. Ja, aber ihr merkt schon, ich will jetzt so schnell wie möglich... Oh, jetzt greifen sie uns hier an. Gucken, wann sie uns angreifen. Ihr merkt halt schon, ich will jetzt so schnell wie möglich hier unten pushen. Ich will wirklich so schnell wie möglich hier gewinnen. Die Lannisters aus Burg Bruch, Bannstein, Sarsfeld, Horntal, Kasterlystein, Schönburg und Kais erst mal zurückdrängen. Dann haben wir hier eine gute Position, die wir gut verteidigen können. Nachher hier unten. Wir müssen dann auch ein paar Truppen hier oben haben. Aber dann können wir von hier aus unseren weiteren Feldzug planen. Schön finde ich nur, dass die wirklich, die Lannisters von überall angegriffen werden im Prinzip. Haus Baratheon von Sturmkamp, Haus Tully, Haus Tyrell, Haus Stark und Haus Baratheon von Drachenstein. Wir kämpfen halt wirklich, wir kämpfen wirklich an allen Fronten und das finde ich halt echt gut. Haben die da Belagungsgeräte gebaut, da? Ja, haben sie. Okay. Kommen hier die Truppen fortbilden? Ja, die Einheit können wir fortbilden. Das finde ich doch auch mal nicht so schlecht. So, jetzt möchte ich noch diese eine Runde beenden, um zu gucken, was die hier oben machen, ob sie uns angreifen oder was hier passiert. Wenn, dann hoffe ich ja, dass sie angreifen, aber es passiert anscheinend gar nichts. Oh, okay, ja gut, okay. Ihr seht, Game of Thrones ist ein krasses, ein krasses Setting. In Game of Thrones geht es richtig hart zur Sache. Und wir müssen uns überlegen, was wir hier weitermachen. Das werden wir jetzt in den nächsten Parts oder im nächsten Part dann sehen, wie die Schlacht hier oben ausgeht oder was hier weiter in Torhenn-Schanze passiert. Was hier unten weitergeht und je nachdem müssen wir uns dann entscheiden. Ich meine, wenn hier oben diese Stadt hier fällt, haben wir unsere komplette Armee hier oben verloren, um hier dann eine neue Armee in diesen Städten hier aufzubauen. Das wird eine Weile brauchen und das bedeutet für uns im Prinzip, dass wir dann hingehen müssten und weitere Truppen rekrutieren müssten und uns auch zurückziehen müssten. Und das fände ich halt eigentlich nicht so cool. Wenn wir uns zurückziehen müssten, dann würden wir aber auch hingehen und hier eine Flotte aufbauen. Wir würden das erobern, würden hier eine Flotte aufbauen, eine große. Und dann werden wir mal hier ein bisschen anlanden. Selbst wenn hier Truppen spawnen, ich meine, eine Weile aushalten kann man das schon. Ich denke, irgendwann werden ja keine mehr spawnen, wenn wir die vernichtet haben, dann ja wohl nicht mehr hoffentlich. Und von dann müssten wir uns nochmal hier eine Invasion machen, eine Invasion durchführen. Ich hoffe, dass die hier gegen das Haus der Rhine eine Zeit lang aushalten und am besten komplett und sie vielleicht auch zurückdrängen. Wir haben ja am liebsten, weil schon schauen wir hier nämlich auch noch ein Problem. Ihr seht, schwere Aufgaben warten auch für uns und sind für uns bereitgestellt worden. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zusehen, so wollte ich eigentlich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao. Vielen Dank.